R-Ridberg Nuclear Reactor, okay. Wieso sind die Titel auf Englisch, wenn ich das Spiel auf Deutsch stelle? Ja, möchtest du, möchtest du ein Taschentuch? Weil das besser klingt. Zwei Stück. Zwei Stück, bitte. Zwei Stück? Wieso gleich zwei hier, weil ich unverschämt hier. Naja, weil eins für oben rum, eins für unten rum. So, ja, weil du auch noch seine Klitoris weinst, ne? Ja, schon klar. Ja, genau, so sieht's aus. So und nicht anders. Ladevorgang läuft. Lade, ja, ich lade auch noch. Loading. Ich lade auch noch. Ja, dich interessiert sich niemand. Ich weiß, ich bin nur der Schaden. Ja, du hast doch ne Sterblichkeitsrate von 100%. Ja, aber nicht ganz unrecht, ja. Aber in der letzten Mission habe ich dann entscheiden. Länger überlebt als die anderen, ja. Ich entscheidende Orte vorgebracht. Das soll ich dir erst entscheiden, hoppe. Die Sentry hast du ja nicht mal fertig gekriegt. Gibt's ne krasse Minigun. Das ist das hier Raidberg. Ach so. Ah, das ist wieder mit Hacken. Ah. Oh, das, das klingt einfach. Bringen sie den Reaktor zum Laufen. Das, ja, das kriegen wir... Ich nehm zwei Flamer mit. Ich nehm auch einen Flamer mit. Flamer ist richtig geil. Ja, komm, go go ready hier. Was bist du überhaupt? Warte mal, warte mal. Oh, Smart Bomb. Scanner, 3 von 3. Technik, 3 von 3. Gesundheitsbonus, 3 von 5. Nachlabbonus, 2 von 5. Nachlabbonus, 4 von 5. Alter. Ja. Ach so, so von wegen Klischee, Schwarze können besser boxen. Ja, alles klar. Ja, ich bin hier, ich bin ein Negerboxer. Kann der nicht auf schneller rein? Ja, komm. Bis zum Beginn. Okay, guck's hier. Bam. Fist. Bam. Oh. Das dauert übrigens ewig, ne? Ich würd's nur mal sagen. Ich kann dich nicht mal treffen, oder was? Ne, äh, das ist... Da kriegt der Franchal Fire mit. Ach, die ist zum Sloan gedacht, oder was? Ja, die ist zum Sloan gedacht. Die ist für ganz viele Paralyten ganz gut. Weil die halt, äh, 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 Chain-Effekt haben. Und ich werd direkt wieder ge-friendly feiert. Come on. Ah! 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 1,1,1,1,32, Ah, 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 Ich! Ich, 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 Ich mich halt die ganze Fall... Ich kann damit hüpfen. Das ist cool. So, jetzt müsste ich mich beschützen. Ich muss hier... Beschützt den Attack! Ja, beschützt ihn auch! Ach so, das ist zum... Das ist zum Haken. Ja, hier. Hier hacken, oder nicht? Nee, hier vorne. Wo ich steh. Ja, ist hier. Bist du hier? Ist aber das Penny, oder nicht? John, die Haken hier... G' hier. Nur Techniker. Oder was hackst du? Er hängt gerade die... Oh, nee, das ist etwas anderes. Ja, ich hack gerade die Minigun. Wenn ich jetzt해 ils kenne. Es schlimm gut. noch nicht, noch nicht. dada 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 dada... nein... woher ihr? komm, dit shoot oder der Aufbau und hängt die Tür! ja ok ist ja gut das ist was ich will nicht ständig sterben ach so... man muss das Ziel analysieren und dann... cool is dat denn... ja, das sind aber... sehr begrenzte Möglichkeiten, also sehr begrenzte... suche ja, ich merk schon sehr begrenzt, sehr, sehr begrenzt drei große fände aber auch das ist sehr 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 schwer oder die tesla kanone ist mehr sozusagen ja es dann und dann mit rechtsklick fertig man selbst aktivieren ja ich bin schon dabei aktiviert ja dann los vektor online erreichen sie den notausgang ich renne schon mal vor da geht sich da oben geht es nicht weiter auch da sind dann der mitzuhare anbietern jetzt nicht mehr 30 der 4 die Tüttende die Tüttende die die er in Rochester okay neu ich hab sie schon ich hab müssen warte warte noch bis wir in dem bereich nachher sind wir ganz hier gibt es die feuerlöcher ja ich kann auch mit meinem flammer verfeuerlöschung was irgendwie relativ klingt aber es ist so ach so hat er so eine zusatzoption mittlere maustaste ich will trotzdem ich will trotzdem kann ich das bieten setzen los 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 drauf das ist leichter als gesagt wenn ich so ein bisschen hingestellt hätte ist das bieten ist weg ja ich bin schon dabei ja ich Was ist das? Ipig! Ah, wisst ihr eigentlich, wie sehr ich hoffe, dass ihr verreckt? Wir verreckt hier wohl nicht mehr, das ist schon die letzte Tür. Ich weiß, das ist das Traurige. Und Arad, hast ihn schön gelootet, ja? Ja, klar, wieso nicht? So ein Flammenwerfer ist halt geiler, ne? Das ist eine Tesla. Tesla. Das ist Tesla. Ich meine neue Freundin. Au! Das ist Tesla. Er reimt sich auf Vanessa. Vanessa. Arad, du sollst schon mal zur Tür gehen. Oder Vanessa Chantal, du sollst schnell durchgehen können. Naja. Oh, ja. Wie viele von diesen Explosionsdingen bitte noch? Okay, lass mal lieber durchgehen. Wer? Deine Tesla-Kanone? Ja. Ja. Der hat's da reingefeuert. Ach so, lol. Nächste, nächste Waffenfreischaltung. Und ist ein Sperrfeuer. Ja komm, bitte. Oh ja, und ist ein Sperrfeuer. Das hier ist der Granite Launcher. He he.